Werde Schatz-Super und gewinne jeden Tag wertvolle Preise im Gesamtwert von über 13.000 Euro. Geh auf demax.de slash Adventskalender, finde den richtigen Stein und beantworte eine Frage. Diese Goldstücke kannst du gewinnen. Eins von 10 HD-Plus-Paketen, eine von drei Carrera-Wahlen, eines von 20 handgefertigten iPad-Cases, iPad Mini oder iPhone-Hüllen von GermanMade. Oder eine von 33 Einsatz- und Militäruhren von KHS Tactical Watches. Und am 24. Dezember eine Canyon Explorer Tour mit einem Muscle Car für zwei Personen im Wert von über 4.500 Euro von Eagle Adventure Tours, den USA-Reiseprofis. Außerdem viele weitere attraktive Preise. Der D-Max Adventskalender.